Da sind wir wieder, liebe Leute, zurück bei Doom 3 in der BFG-Edition. Und jetzt hier sind die ganzen toxischen Gase weg, nur weil ich so zwei Fässer da benutzt habe, oder was? Ah, ist ja auch nicht schlecht. Okay, gut. Ah, da haben wir das PDA. Den Wartungsschlüssel, wie auch immer. Hier sind wir schon wieder in einem ganz anderen Raum. Ich könnte jetzt eigentlich zurückgehen, aber... Hier ist... Big Munition. Aber ich... Ich gehe jetzt erstmal zurück. Den habe ich jetzt eiskalt. What the f**k? So, kommt her. Wo ist der nächste da? Einer ist noch. Einer war hier irgendwo noch. Was war das denn für ein Schuss, du Pussy? Ha, 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 Loser. Okay, wir sind in einen anderen Bereich gekommen. Das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Da, da. Was? Oh, von hinten eine blöde Spinne. Das war gemein. Damit hat keiner gerechnet. Also ich jedenfalls nicht. Nee, nee, Shotgun eigentlich geil. Wenn sie ein bisschen mehr Schaden machen würde und besser treffen würde. Ist hier noch irgendwas? Nein, 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 nein. Gut. Ich habe nur 25 Energie. Munition, na, super. Ich könnte jetzt versuchen hier runter zu springen. Ich glaube aber nicht, dass es gut für mich enden würde. Also ich hätte jetzt schon gerne so ein bisschen mehr Lebensenergie. Ja, hätte ich gerne. Da Energie. Ja, geil. Jetzt komme ich wieder nicht zurück. Hm, ist ja schlecht. Nein, 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 nein. Oh, Leute. Das. Wo kommen jetzt die Spinnen her? Muss denn das jetzt sein? Granaten bringen mich auch nicht wirklich weiter. Alter, es sieht so gefährlich aus, wenn die um die Ecke kommen. Man sieht so die riesen Beine im Schatten. Oh nein, da kommt schon wieder die Nächsten. Oh nein. Sonst noch irgendeiner? Ohne Fahrschein, ohne irgendetwas. Warte, ich habe nur noch 34 Energie, ja? Und das soll ich jetzt überleben? Hier ist aber auch keine fucking Energiezelle mehr, ne? Ah, komm. Die gönnen wir uns. Oh. Irgendwas hier langsam mit Munitionsverfahren zu tun. Bei drastischer Munitionsknappheit. Wow. Hey, irgendwelche Geräusche, das macht mir nicht gerade so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Oh, mhm, mhm. Ähm, ich komme mal ganz kurz weg. Drecks Ding! Na komm, wo bist du? Ach, der wollte nach der Technik gucken da unten. Okay, das kann ich natürlich verstehen, würde ich auch machen. An seiner Stelle, wenn ich Techniker wäre. Aber ich hätte trotzdem gerne ein bisschen Energie und ein ganz kleines bisschen da, danke. Das ist schon echt krass, was ich hier... Ne, ich glaube nicht, dass ich da runter soll, oder? Lift unten, doch. Ich soll da runter. Ich soll da runter. Na geil. Oh, oh. So. Wo ist der nächste? Ich muss hier rauf. Warum fühle ich mich irgendwie sicherer? Ich weiß nicht, warum. Ich meine, nur wenn diese blöden Spinnen kommen oder so, dann laufen. Oh, Rüstung. Danke, die Rüstung schützt mich jedenfalls bei den ganzen blöden Soldaten. Oh, ich stelle gerade fest, gar keine Munition. Und, oh, das wäre ja lustig geworden. Happy, happy, fun day. Happy, happy, fun day. Oh, Mann. Was? Ah, hier sind zwei. Zwei. Schön. Genau. Einfach mal die Hunde loslassen. Na, komm her. Nur keep full. Ich würde da, wie mache ich auch machen, ne? Nein, also passiert noch irgendein Event. Irgendein Event passiert jetzt noch. Wetten. Oh. Oh, hier fällt mir sogar das Headset vom Kopf, ey. Meine Fresse. Also, mit Munition geizen die ja echt nicht, ne? Äh, mit Munition geizen die ja, meine ich. Ja, toll. Aber hoch komme ich doch nicht. Oder komme ich hier irgendwo hoch? Ne, ne? Nö. Oh, hier kann ich doch gar nicht durch. Was zum... Okay. Also, ich soll durch das Fenster durch, definitiv. Hat er mir jetzt gesagt, der liebe Gegner. Munition, ne, toll. Gebt mir ein PDA. Einfaller Bau 4. Puh, Leute. Meine Güte. Das ist Spannung pur. Ich weiß nicht, wie lange ich dich noch erfassen kann. Team Bravo hat die Entro-Anlage betreten. Beeil dich. Du hast sie fast erreicht. Okay. Energie haben wir bekommen. Das ist super. Das ist wirklich super. Hey, können Sie mir helfen? Ich sitze hier fest. Warum halten Sie die Türen frei? Holen Sie mich rein. Danke. Gerne doch. Immer wieder gerne. Jeden Tag eine gute Tat. Frage ist, was hat es mir jetzt gebracht, ne? Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Ich saß in der Kammer fest, als der Strom ausfiel. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich verstehe wirklich nicht, warum keins der Systeme reagiert. Ich versuche, einen Ablink in das Hauptsystem zu kriegen. Dies ist ein sicheres Terminal. Vielleicht bekomme ich eine Verbindung. Kann ich mich setzen? Ja. Sieht so aus, als ob ich sitze. Ja, ja, rede mal, rede mal. So. Ich werde hier bleiben. Ich kann ja hinter Ihnen abschließen. Ich glaube, hier bin ich sicher. Ja, du bist hier sicher, aber jetzt machen wir das Ding da auf. Hallo, siehst du, was da drin ist? Siehst du was? Hallo, da guck mal, guck mal, mach mal auf. Mal Luca auf hier. Verdammt, Darkstar. Ach, ich soll jetzt durch die Kammer durch, ne? Genau. Er wird da fast getötet oder wie auch immer. Ich rette ihm sein... Moment. Ich habe doch genau diese blöde Spinne gehört. Ah, ey, ich wusste es. Ich hasse diese Spur. Scheiße. Ach, jetzt habe ich beide erwischt, ne? Ist klar. Genau, die Munition will ich haben. Der ist auch schon unter uns. Ich muss ihn einmal abschließen, nicht, dass er gleich hier so... Hallo, da bin ich. ...und mich von hinten wegsnacken möchte. Woher wissen die eigentlich, dass ich komme, hm? Kann mir jetzt mal jemand sagen. Ja, schießt du ruhig mal. Sie hat Boom gemacht. Kaboom. Was? Ernsthaft? Ich muss wieder ganz gut... Ich hasse es, wenn sie mich anspringen. Ich hasse es. Oh. Ja, Energie. Laut Grundrecht sind alle Passagen aus deinem Bereich. Okay. Der einzige Weg rausführt uns das EFL, ein mechanisches Intersystem mit zwei möglichen Strecken. Dein Aktivierungsystems kannst du die direkten Sprecher aus diesem Ziel. Erwartete Spur sind ausgeteilt und sicherer. Aber die Beleichtungssysteme sind gemeiner. So ist die Ausmarine. Viel Glück. Okay. Ich nehme die Brücke hier. Oh. 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 Okay, das war jetzt heftig Energie, 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 Energie Danke Das war mega heftig gerade Seitdem ich etwas so mit gerechnet hatte Ich muss nicht runterfallen Oh, es war so klar Spinnen Gucken wir noch mehr oder So Puh Servus Ja, nee, ist klar Ist klar Komm, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück Ja, kommt ja schon mal um die Ecke Das ist schon mal gut Und jetzt nicht mehr drauf Oh, was sagen, wollt ihr jetzt jemand nach hinten kommen oder was? Was denn? Wo denn? Okay Leute Das war's mit dem nächsten Part Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich Wow, 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 wow Ich sage bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Trott Rhein Tschüss